Als Alice im Garten spielt, hoppelt plötzlich ein weißes Kaninchen vorbei, das irgendetwas vor sich hin murmelt. Alice rennt ihm nach, fällt in den Kaninchenbau und folgt dem weißen Kaninchen und gelangt so ins Wunderland und letztendlich nach vielen spannenden Abenteuern wieder in die Wirklichkeit zurück. Das ist die Geschichte von Alice im Wunderland von Lewis Carroll. In unserem Buch können Sie dem weißen Kaninchen in ein anderes Wunderland folgen. Der Leadership Wirklichkeit.